Bhagavad Gita, Vers 2.70 Nur wer von der unaufhörlichen Flut von Wünschen nicht beeinflusst wird, die wie Flüsse sind, die in den Ozean münden, der ständig angefüllt wird, doch immer ruhig bleibt, kann Frieden erlangen, und nicht derjenige, der versucht, diese Verlangen zu befriedigen. Erklärung Obwohl der riesige Ozean bereits mit Wasser gefüllt ist, wird er immer noch weiter angefüllt, vor allem während der Regenzeit. Doch der Ozean bleibt, wie er ist, unbewegt. Er wird niemals beunruhigt, noch tritt er jemals über seine Ufer. Dieses Beispiel trifft auch auf einen Menschen zu, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Solange man sich im materiellen Körper befindet, werden die Forderungen des Körpers nach Sinnenbefriedigung niemals aufhören. Doch ein Gottgeweihter wird von solchen Verlangen nicht beeinflusst, da er in sich selbst zufrieden ist. Ein Krishna-Bewusster Mensch kennt keinen Mangel, denn der Herr sorgt für all seine materiellen Bedürfnisse. Daher ist er immer ruhig wie der Ozean. Obgleich die Verlangen auf ihn einwirken mögen, wie die Flüsse, die in den Ozean fließen, bleibt er dennoch stetig in seinen Aktivitäten und ist nicht im geringsten von Verlangen nach Sinnesbefriedigung gestört. Einen Krishna-Bewussten Menschen erkennt man daran, dass er jeden Wunsch nach Befriedigung seiner materiellen Sinne verloren hat, obgleich solche Begierden noch vorhanden sind. Da er im transzentralen liebevollen Dienst des Herrn die höchste Glückseligkeit findet, kann er ungestört wie der Ozean bleiben und daher vollkommenen Frieden genießen. Andere, die ihre Begierden bis zum Gipfel der Befreiung hin zu stillen versuchen, können niemals Frieden erlangen. Die fruchtbringenden Arbeiter, die Menschen, die nach Befreiung streben und ebenso die Yogis, die sich um mystische Kräfte bemühen, bleiben unglücklich, weil ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Der Mensch im Krishna-Bewusstsein jedoch ist im Dienst des Herrn glücklich. Er hat keine Begierden, die nach Erfüllung verlangen. Er wünscht sich nicht einmal Befreiung von der sogenannten materiellen Fessel. Die geweihten Krishnas haben keine materiellen Verlangen und so befinden sie sich in vollkommenem Frieden.